Neben Jogis Jungs befinden sich auch viele Veranstalter und Fußballbegeisterte bereits seit mehreren Wochen im Trainingslager, um den Europameistertitel nach Deutschland zu holen. Als zwölfter Mann werden wieder tausende Fans vor den Bildschirmen mitfiebern. Eines der größten Public Viewings in der Region findet in der Messehalle in Straubing statt. Bis zu 2500 Sitzplätze werden hier aufgebaut. Die Spiele werden dann auf eine 77 Quadratmeter große Leinwand übertragen. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Tickets gibt es unter anderem beim Laserservice des Straubinger Tagplatz. Fußballschauen unter freiem Himmel geht in Deggendorf. Erneut laden die Veranstalter Patrick Eid und Daniel Bader viele Fußballfans ein, um hoffentlich viele Tore der Deutschen miteinander zu bejubeln. Allerdings ziehen die Jungs in diesem Jahr vom oberen Stadtplatz auf den Luitpoldplatz um. Uns ist logistisch einfach einfacher und der Platz sind halt nur 20 Quadratmeter weniger. Und wir werden unsere kompletten Möbel, die jetzt in der Lounge stehen, wegtun und das komplett mit Biergarnituren aufstellen. Bei schlechtem Wetter findet das Public Viewing in Deggendorf nicht statt. Ausweichmöglichkeit wäre für die EM-Fans dann aber platt liegen. Da ist so, man merkt der Lehnplatz, da ist das Public Viewing und das ist aber überdacht. Das heißt, das ist ein todsicheres Ding, also da braucht man keine Angst haben, da wird man auch nicht nass. Wir haben das schon geschaut beim Regen, da geht auch nichts durch oder so. Also das ist ein sicherer Public Viewing, wo es halt auch stattfindet, hundertprozentig. Die etwas andere EM-Party schmeißen wir von DonauTV zusammen mit der Kamelitenbrauerei Straubing. Bis zum 9. Juni konnten sich die fußballverrücktesten Fans bei uns mit Foto oder Video bewerben, um jede Menge Freibier zu gewinnen. Am Sonntag beim ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft fahren wir nach Mengkofen, zum SV Mengkofen. Und ich glaube, die sind schon ganz heiß und wir kommen auf alle Fälle mit genügend Bier und Getränken vorbei. Das wird eine ordentliche Party. Doch wie ist die Stimmung eigentlich so kurz vor dem Eröffnungsspiel? Vorfreude oder doch eher ein mulmiges Gefühl aufgrund der Terroranschläge? Ich lasse mich da nicht beeindrucken von solchen Sachen, weil ändern kannst du sowieso nichts, so kommt es. Ich lasse mich in meinem Leben nicht verderben durch irgendwelche Wahnsinnigen. Nein, Anschlag, ich habe jetzt keine Angst damit. Wir freuen uns schon. Ich bin natürlich sehr, sehr heiß. Also ich habe natürlich schon das Trikot rausgeholt. Das liegt schon bei mir im, oder vor dem Schrank besser gesagt. Ich habe mir das nämlich schon angeschaut, ob es noch passt. Es passt und ich freue mich natürlich auf die Erfolge der deutschen Nationalmannschaft. Die Vorrunde sollte kein Problem sein. Und alles, was danach kommt als amtierender Weltmeister, ist eigentlich eine Zugabe. Ich bereite mich schon vor drauf. Am Sonntag ist das Eröffnungsspiel. Genau, und da werden wir vorher schon ein wenig Stimmung machen, dass wir so richtig, wenn es losgeht, schon voll drin sind. Wie gesagt, wie vor zwei Jahren, wenn wir Glück haben, holen wir wieder einen Titel. Das wäre natürlich wunderschön. Egal, ob beim Grillen zu Hause mit Freunden oder auf einer der großen Public-Viewing-Partys. Sollte am Ende der Pokal rausspringen, dann dürfte die Stimmung in Deutschland ähnlich wie vor zwei Jahren wieder kaum zu toppen sein. Sollte am Ende der Pokal rausspringen, dann dürfte die Stimmung in Deutschland! Untertitelung des ZDF für funk, 2017